Modelmama Heidi Klum grüßt ihre Fans von der Dominikanischen Republik. Dort ist sie aktuell für die Dreharbeiten für die nächste Staffel Germany's Next Topmodel. Voraussichtlich ab Februar 2018 sucht das Model dann wieder gemeinsam mit dem Modelagenten Thomas Hayo und dem Designer Michael Michalski nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Wie die Fotos von Heidi auf INSTAGRAM-Anführungszeichen verraten, können sich alle GNTM-Fans in der nächsten Staffel auf ganz viel Sonne freuen. Auf den Fotos sieht Heidi Klum glücklich und zufrieden aus. Er ist die Trennung mit Vito Schnabel nicht anzusehen. Der soll ihr seit geraumer Zeit geheime Liebesbotschaften schicken. Interessiert sie das überhaupt?